Ich begrüße Sie sehr herzlich an der Gustav Stresemann Schule. Mein Name ist Christiane Wilke, ich bin die Schulleiterin dieser Schule. Zur Einschulung möchten wir Ihnen die Stresemann Schule vorstellen. Das Äußere wie das Innere. Wir haben drei Standorte. Ich befinde mich im Moment in der Mensa des Hauptgebäudes. Für euch Kinder ist es bestimmt besonders spannend, die Schule kennenzulernen. Ja, wir wollen euch jetzt die Schule zeigen und das macht Melinda. Melinda ist eine Schülerin des vierten Schuljahres. Melinda geht voran. Hallo, mein Name ist Melinda, geniklasse.de und freue mich heute, euch die Gustav Stresemann Schule zu zeigen. Kommt mit! Mit Frau Hetzel, unserer Sekretärin, werden Sie häufig Kontakt haben. Bei ihr melden Sie sich, wenn Ihr Kind krank ist oder wenn Sie organisatorische Fragen über das Klassengeschäft hinaus haben. Frau Hetzel ist die gute Seele unserer Schule. Hier im Untergeschoss befindet sich die Betreuende Grundschule des Amtes für Soziale Arbeit. Alle Betreuungskinder des Hauptgebäudes halten sich hier nach der Schule auf. Wenn Sie Interesse oder Bedarf an einer Betreuung Ihres Kindes haben und noch nicht angemeldet sind, schauen Sie sich das Video an, das Sie auf unserer Homepage zu diesem Thema finden. Nun interessiert es Sie sicher, wie die Klassenräume im Hauptgebäude ausschauen. Wir werfen einen Blick hinein. Nach den Sommerferien sitzt Ihr Kind vielleicht an einem dieser Tische. Tagespläne und eine klare Struktur zeichnen modernen Unterricht aus. Viele unterschiedliche Arbeitsmaterialien stehen den Kindern zur Verfügung. Da wir in Hessen Lehr- und Lärmmittelfreiheit haben, werden die Bücher für den Unterricht von der Schule gestellt. Sie werden gebeten, besondere Arbeitshefte und Materialien anzuschaffen. Hier sehen wir Frau Wand. Sie ist eine unserer zukünftigen fünf neuen Erstklasslehrerinnen. Im zweiten Stock befindet sich unsere Aula. Hier wird gefeiert und Veranstaltungen jeder Art finden hier statt. Im dritten Stock gibt es, wie in jedem unserer drei Standorte, eine Bücherei, in der alle Kinder Bücher ausleihen dürfen. Wenn Sie als Eltern Interesse daran haben, in der Bücherei mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte unbedingt direkt nach der Einschulung im Sekretariat. Die Bücherei existiert nur aufgrund der Elterninitiative. Leseförderung ist ein wichtiges Thema unserer Schule, so wie jede andere Form der Förderung uns ein dringendes Anliegen ist. Wir beschulen alle Kinder des Ortes Mainz-Kastell. Jedes Kind mit seinen ganz eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen ist uns willkommen und es wird entsprechend unterstützt und gefordert, denn jedes Kind ist besonders. Dies ist unser Grundsatz und unser Auftrag. Wir verlassen das Hauptgebäude mit einem Blick auf das Minifeld. Es ist heiß begehrt bei den Fußballspielern und davon haben wir an unserer Schule eine ganze Menge. Wir legen viel Wert auf die Selbstständigkeit bei unseren Schülerinnen und Schülern. Als Eltern müssen sie uns hierbei unterstützen. Ihr Kind trägt den Ranzen selbst zur Schule, wenn möglich übt es jetzt schon den Schulweg und es kann alleine oder in einer kleinen Gruppe zur Schule laufen. Wir arbeiten schon sehr lange und intensiv an den Themen friedliches Miteinander und Aufbau von Verantwortungsbewusstsein für jeden Einzelnen und die Gruppe. Klassensprecher und Klassenrat sind Trainingsfelder für ein demokratisches Zusammenleben. Kinder unserer Schule können sich zu Schulsanitätern ausbilden lassen. Wir haben ein Motto des Monats. Dieses wechselt monatlich. An unserer Schule gibt es eine Schulordnung, die uns sehr wichtig ist. Bitte lesen Sie diese mit ihrem Kind vor der Einschulung noch einmal gut durch. Sie finden sie auf der Homepage und wir werden sie ihnen in Papierform vor den Sommerferien zuschicken. Auch im Haus der Bildung und Begegnung können die Kinder Fußball spielen. Ah, da kommt eine Schülerin aus dem Standort Haus der Bildung und Begegnung zu uns. Da die Schule in den letzten Jahren sehr gewachsen ist, werden die zukünftigen ersten Klassen in diesem neuen schönen Gebäude arbeiten. Die Ausstattung der neuen Räume gleicht den bestehenden Klassen und unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich bereits auf die Arbeit mit den Erstis. Technisch sind alle Schulstandorte der Stresemann-Schule bis zu den Sommerferien auf hohem Niveau ausgestattet. Ihr Kind lernt von Anfang an den Umgang mit modernen Medien, in der heutigen Zeit unerlässlich. Auch in unserem Haus der Bildung und Begegnung gibt es eine Bücherei und eine Betreuung, wie im Hauptgebäude am Ludwigsplatz. Zum Schluss wenden wir uns noch dem kleinsten Standort unserer Schule zu. Klein, aber fein, so möchte man sagen. Auch hier werden wir von allem Schüler begrüßt. Hallo, mein Name ist Flavio, ich gehe in der 4D und ich stelle euch die Pavillons hoch. Kommt dann mit. Hier in unserem Pavillons gibt es ein erstes Schuljahr, ein zweites, ein drittes und ein viertes. Wie in den anderen Standorten auch, verfügen wir hier über eine Bücherei und eine hochaktuelle technische Ausstattung. In den Pavillons ist auch unsere Vorklasse untergebracht. Sie wird von unserer Sozialpädagogin Frau Meier geleitet, die mit großer Kompetenz die Kinder auf die erste Klasse vorbereitet und mit unterschiedlichen Möglichkeiten jedes Kind seinen Bedürfnissen entsprechend fördert. Hier sehen wir Frau Noftz, die schon lange Jahre in den Pavillons arbeitet und im kommenden Jahr ein erstes Schuljahr führen wird. Die Zusammensetzung der neuen ersten Klassen geschieht insbesondere nach Wohnortnähe. So wohnen die Kinder der Pavillons zumeist am Königsfloß, am Philipsring und den Wohngebieten Richtung Kostheim. Bevor wir unseren Rundgang beenden, will ich gerne noch ein paar Worte über die Einschulung selbst verlieren. Pandemisch bedingt werden wir wieder sechs kleine Einschulungsfeiern jeweils mit einer Klasse durchführen. So die Planung. Sie bekommen eine persönliche Einladung mit den genauen Zeiten. Kaufen Sie Ihrem Kind eine Schultüte für diesen Tag. Im Schulranzen, den Ihr Kind mitbringt, sollte das neue Mäppchen und die Postmappe sein. Alle anderen Materialien bringen Sie bitte erst im Laufe der ersten Schulwoche mit in die Schule. Bleiben Sie gelassen und vertrauen Sie Ihrem Kind. Gemeinsam werden wir in gutem partnerschaftlichem Miteinander die kommenden Jahre der Grundschulzeit meistern. Auf euch Kinder freut sich das Kollegium der Gustav-Stresemann-Schule.